Ja, Crash, stell dir vor. Mach mal jetzt. Ich wollte nur ein bisschen Wut haben. Ach, danke. Schatz, hörst du da gerade Pyro-Ball rauf? Ja, ab und zu mal. Wenn gerade nicht anderes geht, Just Hoffmann. Macht schön damage. Ja, ich kann Crashkirchner. Leichte Leder, na toll. Was ein Ausbeute, DVR-Schuppe, Perfekte, DVR-Schuppe, ne Muschel, wo ich natürlich wieder ne Muschelfleisch rausbekomme. Lucy, was bekommt ein Mage, wenn er am Anfang auf der Kahn skilt? Ja, für ne Attacke direkt. Warte, kann ich das einsehen? Ja, einfach auf N klicken, dann auf Übersicht ansehen. Okay. Steht das da nun direkt? Er kam Beschuss. Achso. Da, ich hab schon wieder vergessen, ich muss markieren, ganz dringend. Wenn er staybt, hab er eine N這一 Stelle gelockt. Ah, beinahe. So, ich bin mit dem Schlauch Hartmann fertig. ich da wäre da wäre der hände hätte er ist ja so ide ja so nicht sag mal ja die Schuhe nervt mich den Türen der Türen der Katzgestattung Leute wird es nicht mal hier der ist nicht mal hier aber trotzdem ja das habt ihr Feuer wir waren ja dann mit um nehmen schon angeblichen Tank. Ja, der Tank war auch geil. Hat Account-gebunde Sachen, fühlte sich voll toll und hat trotzdem kein Agro-Halt sein. Das ist ein bisschen... Ja, weil der auch gar nicht auf Tank geskillt war. Der hätte nicht mal ein Schild gehabt. Und der Healer, der macht einfach Bedarf auf Beweglichkeitausdauer. Ja. Und dann meint er noch ganz großkotzig, ja, ich bin hier, ich bin mir keiner schuldbewusst. Ich weiß hier, die doch auch immer. Habe ich mir auch nur so gedacht, dumm oder so? Kratz. Wer auch immer es war. Und der Schurker, der nicht im TS ist zufälligerweise. Nicht Kratz. Was ist das mit dem Schurker? Nee, wenn der hier wäre, hätte ich ihm auch nicht Kratz gesagt. Dreckig Pflanzen. Ja. Die blöde Damage reinhauen. Ah, ja richtig, wir sind in den Gildenboni. Falls jemand von euch eingeladen werden will, wegen der Boni, einfach anschreiben. Weil jeder kann jeden einladen. Deswegen. Ja, das ist so eine Gilde für halt alle. Ich kann euch gerne einladen, falls ihr das wollt. Genau. Ja, hier zieht der E-Agro von den kleinen Mobs. Die halte ich nicht. So, bitte zuerst auf den. Sag mal. Was ist das? Treib's nicht zu wahr. Sag mal, der Schuck ist zu doof. Soll ich den Ausschuss machen machen? Ich mach das, ich war ihm jetzt vor. Und du machst so ein zweitmal ist ein Schaden. Oh Gott. Ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Eine letzte Nacht wird das heute. Ich muss am Montag wieder arbeiten. Ja. Ja, du musst aber nur zwei Tage arbeiten. Das ist nicht schlimm genug. Ja, du hast da noch drei Tage wieder frei. So, mein Lieber, erst den Todenschnell jetzt gleich gibt es den ersten Kick. Scheiße. Jetzt hab ich ein klitzekleines Problem. Wenn die scheiß Doodos, also die Droiden hier, in ihren Stellen stehen bleiben, ist das ein bisschen assi irgendwie. Ja, so kann ich schlecht beide antanken. So, egal. Gemacht und fertig. Gibt's eigentlich irgendwie ein Makro markieren mit Target, Markier mit sonst was oder so? Ja, ich bin doch ein Add-on-Führer. Ja, echt? Ja. Wie heißt das? Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich einfach nur den Gegner irgendwie anklicken und dann hat er das drauf. Sag mal. Wegen, wack. Wollt ihr mich verarschen? Ich muss einfach mal googeln. Ach komm, weinig. Ich renne auf der Target zu und dann schießt mir einer von hinten das Ding weg. Hier, assi und so. Ja, war der Schurke. Ja, war der Schurke mit seinem Bogen oder was? Nein, mit seiner Wurffarfe. So echt, Titi. Nein, mit seiner Wurffarbe. Und dann alles weg. Und dann ist es mir in meine Wut ausgegangen, hm. Scheiße. Fangen wir mit dem hier an. Boah, das ist jetzt mies. Sonst wir vielleicht jetzt ein Weib gehen bei dem Zweifel hier. Ne, ich hoffe nicht. Ich muss auf jeden Fall vom Boss agro aufbauen. Und so mal verkackt. Ähm, ja. Ja, was? Soll man sagen, erst auf den Boss oder nicht? Nein, erst auf die Kleinen. Weil haben sie den Typ, der vorne gestohlt? Weil die Kleinen machen weiter Schaden, aber weniger HP. Das heißt, müssen zuerst die Down-Kloppen. So, und jetzt kann man so auf den Boss konzentrieren. Was für Vibe, Alter. Das ist auch ein Vibe. Äh, klappt gar. Glück? Ich weiß nicht, dass du schon 25 bist. Ich bin der Tank, also bitte. Was wird das hier für ein Vibe? Können wir gleich mal Burg Schatten fangen gucken. Oh, hat sich auch schon mal an, aber da ich jetzt Tank bin, habe ich was Besseres. Wie sie alle Bedarf drauf machen. Wie ich es wieder bekommen werde. Und auf Ghost Kick. Vergeht doch. Verdammt. Mich ja auch, Uwe. Alter. Was denn das für schon? Du bist halt nur um die 2, erhöht die Intelligenz um 5, 4 und 5 Uhr um 5 und 10. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Übrigens, es gibt keine 5-Sekunden-Regel mehr, ne? Also es sind fast alle Sachen jetzt so gemacht, dass es nur noch mit Wille gemacht ist. Das heißt, die 5-Sekunden-Regel, also 5-Sekunden-Mana und so, soll es nicht mehr geben. Ich habe schon einen Fall entdeckt, wo es nicht der Fall ist. Und zwar, alle 5 Sekunden Gesundheit bei meinem Totem. Beziehungsweise bei meinem Mana, bei meinem Wasserschild. Das macht mir alle 5 Sekunden Mana. Was soll ich mir das jetzt sagen? Dass die es noch nicht ganz gepackt haben. Markieren. Wieso? Achso, ist ja nur einer. Weil im Einzel-Tage-Pro-Uni markieren. Ne, ich habe irgendwie nicht gerade geguckt. Du siehst gerade alles doppelt. Interessant, Schatz, interessant. Halt die Klappe. Äh, wo lang lauft ihr? Äh, wir laufen den richtigen Weg. Glaub mir, ich war jetzt schon drin. Und wie ist das? Habe ich alles besser schon. Ich bin ja auch höher, sehr gut. Schatz, hier ist überall. Du hast ja wieder mal eins. Was zu, äh, abzubauen, ne? Alter, dieser Gor hat aber überhaupt keine mehr viel Glück. Ich hatte ja jetzt schon 3 E-Tips abgezogen. Ne, 4 sogar. Ja, gerade die Brust auch noch. Der Arm. Oh, da muss ich aufheben. Keine Lust. Oh Gott. Ist der runtergefallen? Ja. Das ist, das Dumme ist, dass der Heal... Ach, deswegen bin ich so... Oh, ich soll mich mal eben selbst heilen. So, presse ich mir nochmal Buff Food an. Quiz, warte. Ja, ja. Ungeduldig. 1600 live. Ja, noch ist ein Test-Account. Du, noob. Kannst nicht über Level 20 leveln. Ach so, da ist er wieder. Ja, 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 ich, äh, wer coolter tankt und so. Oh, ey. Ich kann sogar kein Agro aufbauen. Ohne Wut, weil er mich nicht angreift. Das ist total... Scheiße. Und brauchst du für Knurren gut? Äh, für Knurren nicht, nein. Aber Knurren kann ich auch nur alle 80 Sekunden machen. So. Äh, rechts lang. Gut gewesen, dass ich heute mit dem Taxi gefahren bin. Ja. Ja, sind wir draußen immer noch welche umrum knallen ohne Ende. Ja, haben wir immer ein neuer... Übrigens ein frohes neues Jahr nochmal. So nebenbei. Stimmt. Frohes neues habe ich schon verdrängt. Ja, auch nicht so besonders, finde ich. So. Äh, wie zu kurz... Ach so, ich habe mittleres Leder bekommen, ohne dass ich es jetzt mitbekommen habe. Kommt ihr mal her? Kommt ihr mal vorbei, ohne zu polen? Nö, ich habe die schon extra gepolt. Mann, ich habe auch keine Aure. Ich muss jetzt mal... So, aber jetzt kommen wir hier... Oh, schön. Ähm, zuerst bitte auf den. Sag mal! Ja! Leute, kicken wir jetzt. Ja. Und wie wir denn jetzt kicken, Alter? Da kann ich euch gleich mal die neue Ausschlusswahl zeigen. Im Kampf nur kurz noch. Moment. Warten wir eben, Kira ist, Kira ist im Kampf. Warum ist die im Kampf? Vielleicht gerade in der Fall angekommen ist. Ist das so? Ja, dies ist ja runtergefallen. Scherz, lass es einfach. Bringt nichts, wir kicken ihn jetzt einfach. Aber diese vor Ort nicht. Machen wir keine Ahnung. Alter, da sind wir noch... Wer hat die denn gepolt? Keine Ahnung. So. Wo ist er denn, Gore? Oh, Ausschlusswahl. Ja, Moment, es ist wegen nur kurz nach der Kampfregel. Falls er noch um worum drüber würfeln will, dass man ihn dann nicht kicken kann. So, kannst du jetzt kicken. Ja? Ja. Boah, weißt du das? Weil ich es ausprobiert habe. Tschüss, Gore. Tschüss. Da kommt schon wieder was an. Sag mal, wo kommt das denn die ganze Zeit her? Ja, die laufen hier ein bisschen rum. Wolverine. Ah gut, Krieger, der kann mein Zeug nicht wegwürfeln.